und damit herzlich willkommen zurück bei the darkness 2 das war mein plan folge 5 wir sind auf dem weg wir wussten ja ich weiß wir sind auf dem weg zu unseren domizil da ist es wahrscheinlich über rennen gerade hallo das letzte mal schneller noch ja mich hier wie bitte komme ich jetzt oh herzerzerrn da war ja was ich würde gerne durchgehen irgendwie das ist ja überhaupt nicht bescheuert oh wir haben genug den mond legen das hat man ja quasi schon getötet ach ja guck mal ist es noch so gut okay irgendwie überzeugt mich das hätte man jetzt gebraucht alle wissen ist überzeugt wir nehmen jetzt mal wir nehmen den schwarm und das jolo sozusagen kann ich das funktioniert nicht immer so und jetzt jetzt ja hab ich doch hab ich doch gemacht nicht jung was sind denn eigentlich diese Oh, nehmen wir mal mit. So, nehmen wir den mal ein bisschen auseinander. Was? What? What? Okay. Ach, die mit dir in den Kack. Oh. Ganz verzerrn. So, bisschen Munition. Oh, Kopfschuss. Ja. Wegen der kein... Was? Wegen der hat den Taschenlampe, oder was? Wir holen uns noch schnell das Herz. Ich muss doch schießen. Was? Wie stört die Lampe nicht, was? Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Die Typen sind wie ein paar scheiß Kakerlaken hier eingefallen. Die sind irre. Und du nicht? Ich bin noch am Leben, oder? Anders als diese schwächlichen Penner, wenn ich mit ihnen fertig bin. Du liegst mit der Bohne und krepierst. Ich hab hier unten alles im Griff. Hat mich nicht so stark erwischt. Der Aufzug kommt runter. Hier darf keiner rauskommen, Jackie. Jackie, ich bin's willig. Nicht schießen! Herr im Himmel, Boss, das ist ein Ehrenhaus da oben. Deine Tante Sarah hat sich im Schutzraum verschanzt. Wir müssen da rauf. Sofort! Ihr geht hoch. Ich halte hier unten die Stellung. Hey, Jackie! Das ist bisher der beste Tag der Woche. Ja, natürlich. Wie viel Essenz? Zeigt es mir jetzt auch nicht. Ja, so wenig wäre. Wichtig. Oh. Was hast du denn? Okay. Gott sei Dank, du hast es zurückgeschafft. Ich hab keinen Schatten. Sprich mit mir, Johnny. Womit hab ich's hier zu tun? Das Siegel auf dem Umschlag, den du bei Swifty gefunden hast. Er gehört zur Bruderschaft. Zu was? Sie waren ursprünglich die Hütter der Finsternis. Die Bruderschaft ist die verdammte Elite der Geheimbünde. Sie werden von einem gewissen Victor Valente angeführt. Ein hoher Priester, sowas wie ihr Adel. Er ist kein guter Mensch. Verstehst du? Das ist wieder auch nicht, oder? Ich kenn das Arschloch. Er hat mich mit irgendwas bearbeitet. Das Ding hat die Finsternis aus mir rausgesaugt. Das kann nur ein einziges Ding. Der Graal des Archimedes. Jesus, ich dachte, das Ding wäre für immer verschwunden. Hatte ich gehofft. Was zum Teufel? Das ist das Gerät, mit dem die Bruderschaft die Finsternis gefangen hielt. Es wurde vor tausenden von Jahren geschaffen, durch dunkle Magie. Es kann die Essenz der Finsternis binden. Entweder entreißt es sie dir, oder es verstärkt die Essenz, die in dir ist. Das Ding ist mächtig, Jackie, und gefährlich. Wenn sie den Graal haben, ist das schlecht. Wirklich schlecht. Die Finsternis in den Händen der Bruderschaft. Ja. Wer weiß. Aber es ist sicher nicht gut. Okay. Ich kapier's schon. Du bleibst hier. Ich werde die Pisser von ihrem Leiden erlösen. Sehr nett. Ist ja eigentlich Licht, was uns nicht stört, oder? Jackie, heilige Scheiße, bin ich froh, dich zu sehen. Wir haben diese Typen nicht kommen sehen. Sie sind in die verdammte Küche gekommen. Was? Wer zum Teufel sind die Typen? Die sehen nicht so aus, als würde ich sie kennen. Jackie, wir müssen dich hoch zu deiner Tante Sarah bringen. Hey, pass der Brass noch auf dich auf. Du auch, Venni. Sei vorsichtig, ich glaube. Aber sie sind alle weg, los. Los geht's. Irgendwie komisch gerade aufs Spiel. Die Kabine ist cool. Wir können die Doppelte haben. Bisschen Munition. Habe ich getroffen? Jetzt. Ach. Hallo, Pitch. Achso, ich habe... Achso. Ich muss da mal kurz aus dem Licht gehen. Oh. Ein bisschen du. Was ist denn das hier eigentlich? Was ist das? Wo geht's da lang? Oh. Oh. Ich verstehe das Spiel. Achso. Da stand quasi noch jemand rum. Ah, jetzt. Jetzt darf ich doch hier rein. Achso. Oh. Schade, ich bin irgendwie auch... Alter, auf einmal... Ich würde mir mal kurz was Neues holen. Ich wollte sagen, hier liegt aber auch viel rum. Ja. Dann muss ich... Ich würde mir mal kurzfixen. Ich... Ich würde mich davon machen. Ich würde mich nach oben bringen. Ich würde mich so freuen. ein bisschen quatsch dass ob man das mit schießen könnte ist in der position fettes relikt man muss wahrscheinlich die meisten verpasst haben ist oben in deinem schlafzimmer eingeschlossen im schutzraum sie wollen die tür aufbrechen wir müssen sofort los was mal gucken was hier so rumliegt du bist auch was hallo hallo also dann halt so ja oder was naja ich brauche munition ich habe nur noch keine ahnung was das ist aber was was das war ein fehler jackie also spiel schon ein bisschen verwirrend wach auf komm schon jackie drauf es ist alles ok na bitte du hast es geschafft du bist aus dem bett gefallen du hattest eine harte nach jackie wieder keine medikamente genommen kumpel wenig ich verstehe nicht was hier los ist ist das ist das die hölle das ist die finsternis oder das ist eine art trick komm schon jackie jetzt fang dich schon wieder damit an ok die finsternis gibt es nicht sie ist nur in deinem kopf was tut mir leid kumpel ich weiß dass alles verwirrt du hast diese schlimmen träume weil du krank bist du musst uns helfen dich wieder auf die beine zu bringen ich sag dir was du gehst vor dem frühstück zur arzneiausgabe und ich sag dem doch dass du gut geschlafen hast ok was ist jetzt real und was nicht janitor janitor ja ich verstehe nörd station ich fürchte er ist in eine noch komplexere kognitive störung zurückgefallen seine gedanken werden immer so ich habe dieses ding das du wolltest ist groß rede mit mir johnny was ist das hier ein trick der finsternis das habe ich ihnen gesagt aber sie haben nicht geglaubt die haben schmerzende handgelenke von den ganzen computern ich habe versucht eine rakete hier rein zu bekommen aber sie war zu groß deshalb gehe ich nicht mehr raus ok du musst mir helfen jenny hier rauszuholen glaubst du dass hinter allem ein geheimnis steckt jackie es ist dienstag nimm einfach deine medizin und geht zackbraten verdammt mach keinen scheiß ist es schon wieder morgen das ist eine komische weltkorte berlin wird so geschrieben und das liegt auch woanders wahrscheinlich naja schalten ach gut das müssen wir klopter sein tony das richtig kapiere er sagt aber ich habe schon ein nickerchen gemacht er ist der auserwählte er ist es nicht seine augen sind zu nah beieinander ach schade aber ich habe schon ein nickerchen gemacht okay jo pflegerin du solltest hallo zu johnny sagen war ich nicht ist doch johnny hier oder du bist zurück ich fühle mich nicht gut in meinem kopf ich glaube dass ich nicht alleine bin es ist zu hell hier wir müssen weiter zusehen irgendwas wird passieren am ende wird sich alles aufklären also der sagt mir wahrscheinlich nichts neues nja die stehen schon so da wie es gibt gleich kloppe okay okay jetzt weiß ich dass das nicht real ist auf keinen fall bist du arzt das pflegepersonal hat mir gesagt dass du dir wieder sorgen wegen deiner medikamente machst verstehst du denn warum du die medikamente nehmen musst ja ich bin nicht verrückt das ist nur eine illusion wenn es eine illusion wäre könntest du sie verschwinden lassen aber das hatten wir ja schon du kannst sie nicht verschwinden lassen weil es keine illusion ist siehst du denn nicht was passiert jimmy die finsternis ist in unseren köpfen meinst du die stimme die du hörst jackie die dich schlimme dinge tun lässt klingt das denn einleuchten für dich also ich werde um diese sachen nicht länger herumreden dr wick und ich machen uns sorgen dass du einfach neue regeln aufstellst mafia geschichten sind ja im fernsehen schön und gut aber nicht im echten leben du bist nicht der kopf einer verbrecherfamilie du bist ein patient in dieser einrichtung und wir wollen dir helfen wieder gesund zu werden mit diesem ort stimmt etwas nicht warum werde ich hier festgehalten warum habe ich unsichtbare beine was zur hölle machst du da jackie ich weiß du bist wütend aber bitte benutze jetzt mal deine ruhige stimme ich möchte nicht mehr mit einer finsternis stimme sprechen also gut ich möchte mit jenny reden natürlich niemand hält dich davon ab ich bin echt groß kann das sein besuchen wir jenny jackie darf ich hier lang gehen oder haust du mich hallo magnum ok office das sieht ja aus wie ein patient dann gehen wir mal also schwester jackie wie ist es denn wir gehen da hin jackie ich bin so froh dass du wieder deine medikamente nimmst was der das ist wirklich ein gutes zeichen darf ich hey ich das spiel antizipiere unglaublich er macht sich große sorgen um dich wir alle jenny ich weiß nicht was das für ein ort ist aber ich werde dich hier rausholen warum sollte ich hier raus wollen jackie ich arbeite hier ich will dir helfen und nicht auch noch du nicht auch noch du was zur hölle passiert hier bleib einfach ruhig jackie alles wird gut also das letzte mal als wir miteinander geredet haben hast du mir von deinen wahnvorstellungen erzählt du meintest du wärst der kopf einer gangster familie und dass dein haus von leuten angegriffen wurde die dir die finsternis abnehmen wollten das war keine wahnvorstellung das ist passiert ich weiß es sicher ich weiß es fühlt sich real an jackie aber jenny du musst mir zuhören ich glaube das hier könnte die hölle sein und du bist darin gefangen ich bin hier um dich rauszuholen ich kann verstehen dass es dir hier manchmal wie die hölle vorkommt aber das ist nur ein krankenhaus du musst mir vertrauen jeder hier will dir einfach nur helfen ich weiß nicht warum das passiert jenny du warst tot ich habe dich sterben sehen darüber haben wir doch schon gesprochen weißt du noch wenn du deine medikamente nicht nimmst fällt es dir schwer realität und einbildung auseinanderzuhalten du bekommst albträume wenn dein serotonin verrückt spielt du erinnerst dich dann an dinge die niemals geschehen sind aber meine familie meine freunde die festen ist das alles gibt es nicht wirklich ich erstelle mit dr wick einen plan wenn du dich richtig verhältst können wir uns öfter sehen okay jackie ist alles okay ein plan was jamie du verstehst nicht du hast probleme wir müssen hier raus sofort jackie nein langsam jackie langsam langsam ganz ruhig jackie wir werden dir nichts tun halt ihn ruhig juli schluss damit schlafen schaff ihn da runter bitte lauf jackie komm zurück jackie los zum bunker sag Eva ich komm später weichte ha wo auch der probleme also geschichte ist vielleicht eine schlechte als die sehr komische inszenierung die linie fortsetzt hat die finsternis immer einen neuen wird meine überraschung als ich fünf wurde ich werde nachts wach und mein vater er sitzt an meinem bett beugt sich über mich das schlachter messer in der hand bin mir immer noch nicht sicher ob der alte spinner mich von meinem leid erlösen oder verhindern wollte dass jemand seinen platz einnimmt mach dass es aufhört jackie jackie ich glaub's nicht du bist zurück du hast ja gesagt die finsternis lässt dich nicht sterben habt ihr aber nie geglaubt hat vier tage gedauert bis du nach dem schuss ins gesicht wieder ganz warst wir haben einen verfluchten verstand hey jackie ich weiß nicht wie ich dir das sagen soll aber die beerdigung für deine tante sarah ist heute gott verdammt verdammte scheiße es ist meine schuld meine schuld dass sie tot ist dieser pisser breck nachdem er dich erschossen hatte jackie es tut mir so leid alles versinkt in scheiße deine jungs haben die bruderschaft zurückgeschlagen haben sie vertrieben aber du weißt dass die nicht aufgeben oder die bruderschaft darf die finsternis nicht bekommen jackie das wird nicht passieren die finsternis die finsternis hat jenny sie will diese bruderschaft spritzer tot sehen und den graal für sich haben oder sie hält sie für immer gefangen jackie dieser graal in den händen der finsternis das ist nicht gut das ding ist zu mächtig mit dem graal könnten sie dich überwältigen und vollkommen übernehmen was habe ich für eine wahl sie darf jenny nichts antun jackie was was ist wenn sie nicht einmal real ist die finsternis spielt mit dir lässt dich dinge sehen nein sie ist es das weiß ich ich fühle es also was wirst du tun ich gehe zur beerdigung meiner tante und dann töte ich eine menge leute sei vorsichtig die bruderschaft schrägt vor nichts zurück um die finsternis zu kriegen vor gar nichts nachdenken 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 verdammt ich kann mich nicht konzentrieren das sind die artefakte die man finden kann wie schwache auskollte naja wie man es von mir kennt so da schauen wir uns noch schnell das habe ich schon das kann ich kaufen das machen wir weil ich will das haben das klingt gut trotzdem sagen wir machen hier einen kleinen cut ist aber doch ziemlich viel passiert auch wenn es ein bisschen langweilig inszeniert wurde ich würde mich freuen wenn ihr bei der nächsten fall dabei seid bis dahin auf wiedersehen